Musik Einen wunderschönen guten Tag aus dem schönen Odenbach. Ich streame heute live den Erntedankzug. Ich habe jetzt keine Zeit. Sie sind nicht der Herrschaft, aber noch weggesagt. Alles gut. Soll ich gleich alle Stück reißen soll? Hat er mir schon gesagt. Hat er schon gesagt. Also nochmal zurück zu euch. Odenbach ist eins der südlichsten Stadtteile aus Düsseldorf, grenzt an Benrath und Garath. Garath ist meiner Meinung nach das südlichste Stadtteil. Und was sehen wir heute hier? Ein Erntedankfestzug mit 42 Gruppen, die alle ihr eigenes Motto haben. Viel Musik ist dabei. Die Straßen sind wohl gesäumt. Und der Zug scheint jetzt gerade gleich zu kommen. Wir warten da drauf. Jetzt zeige ich euch mal, was hier so los ist. Wenn jetzt gleich der Zug da ist, wird die Musik ausgelacht. Ganz Odenbach ist auf der Beine. Bei bestem Wetter. Ich stehe an dem mir zugewiesenen Platz. Und insofern sollte hier ein guter Winkel sein. Wir kommen hier um die Ecke. Wir werden gleich losgehen. Die einzelnen Gruppen haben ja Namen im Platz. Und es ist nicht Düsseldorfer Platz, es ist Odebacher Platz. Es ist was anderes wie Altstädter Platz oder Unterhalter Platz. Jeder Stadtteil hat seine eigene Sprachvariante. Ich versuche, die Gruppen so zu beschreiben, wie sie mir auf dem Zelt aufgeschrieben worden sind. Sehr gut besucht. Aber das ist jedes Jahr so. Spiel natürlich das Wetter eine wesentliche Rolle. Tanto schon. Super. Jede Menge Fahrräder unterwegs. Jede Menge Fahrräder unterwegs. Anwesenden gebeten haben, hinter die Gitter zu gehen. Natürlich. Kein Mensch versteht, wo die Gitter da sind. Stellen sie sich natürlich davor. Aber das haben sie jetzt gelernt. Gefühlt jeder Zweiter hat Trachtenklamotten an, was auch so richtig ist. Ich weiß immer noch nicht verstehe, an welcher Seite die Schleife sein muss, damit man weiß, das ist noch vergeben oder ist verheiratet oder verstorben. Da gibt es ja eine gewisse Regel. Das ist nicht mein Metier. Vielleicht weiß das einer von euch, dann könnt ihr gerne in Zelt schreien. Das ist schon ein bisschen hektisches Treiben bei der Zugbegleitung. Jetzt gleich sehen wir die Solinger Stadtkapelle zu Beginn, die führen den Zug an. Dann kommt eine Reiterbote von ABVU, Allgemeiner Bürgerverein Urtenbahn, AVVU. Das sind auch die Ausrichtungen. Das sind wir seitautres, aber so weitergehen. Da ist ein 뉴�ономidesitzender. Der Herr scheucht die Zuschauer auf die Bürgersteige und es scheint jetzt wirklich gleich loszugehen. Es ist schon bemerkenswert, welche Gruppen alle den Zug mit verschönern. Kirchen, Schützenvereine, Karnevalsvereine, Trachtenvereine, spezielle Vereine aus Ordenbach. Alles gut. Also wirklich eine tolle Sache. Ich höre schon Musik. Ich stelle mich mal auf der Seite. Jetzt scheint es richtig los zu gehen. Er freut sich auch schon. Daumen hoch. Die Polizei ist schon mal da und ich höre Musik. Das ist wahrscheinlich der Dorfscheriff. Nochmal die Spitze bildet der Solinger Stadtkapelle e.V. von 1871. Die müssen jetzt auch an Mama warten. Mal gucken, wie ich den Zug draufkriege. Die müssen hier in die Kurve gehen. Ich weiß nicht, wie lange die ausholen. Mittlerweile sind ja auch Trecker dabei. Also insofern... Solinger Stadtkapelle zuerst. Ich glaube, das ist die erste Vorsitzende, die Frau Schröder. Ich glaube, das ist die erste Vorsitzende. Ich bin in der Mitte der Zeit. 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 Aber ich bin in der Mitte der Zeit. Ich bin in der Mitte der Zeit. Das ist der Jura von der Polizei. 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 Jetzt kommt der Traktor und die Reitergruppe vom ABVU. Jetzt erscheint die Elterninitiative Plenty for Pens mit dem Motto 30 Jahre Plenty for. Das ist der Jura von der Polizei. 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 Jetzt ist der Jura von der Polizei. Das ist der Jura von der Polizei. Das ist der Jura von der Polizei. Vielen Dank. 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 Trinkpause. So, nach dem Schützenverein folgt auch Karneval, die KG Mülle-Jecke mit ihrer Motto Hofladen. Als nächstes die Topper-Jungens mit dem Hofladen. Der Pannebeko frisch vom Acker. Und schon wieder Acker zu. Der Pannebeko frisch. Die Alpbeerröwen. Margarita. 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 Ohne Woche Wahlzeit mit dem Königswagen. Und jetzt kommt der schon angekündigte Zambuco Reis. Richtig, richtig. Richtig, richtig. Untertitelung. BR 2018 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 So, wir gehen jetzt in großen Schritten auf das Finale zu. Wir sehen jetzt gleich Wagen 37 und 41 und 42 insgesamt. KG des Stolz von Odeburg. Lasst das Summe nicht verstummen. KG des Stolz von Odeburg. Pumpeflitzer, Odeburg, Beinwesen. KG des Stolz von Odeburg. KG des Stolz von Odeburg. Bruder Gesellschaft Benrad, Kürbis und Meer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kürbis und Meer. Guter Hinweis, ich habe hier auf dem Zettel stehen Tampoco Holdhausen und wer ist noch verantwortlich? Es sind aber Tampoco Holdhausen und Holdhausen noch verantwortlich. Kürbis und Meer. 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 Der Grupp mit dem Herz, das Hetz schlägt 30. Rhythmik von Fass erlaubt. Der Grupp mit dem Herz. 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 Der Grupp mit dem Herz.